Hallo Leute, Willkommen zu Let's Play Minecraft Fox Edition in einer neuen Welt. Hogwarts, ich habe eigentlich eben schon einen Part rausgenommen. Es geht darum, im Grunde genommen hier die ersten drei Teile abzuschließen von den Story-Elementen und die ganzen Diamanten zu finden. In der letzten Woche haben die leider irgendwie verloren. Ich habe im Grunde genommen nur fünf Diamanten gefunden. Wir waren im Stärker. Snadel hier und ja. Und gucken jetzt weiter. Hier sind wir reingekommen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Würde ich vorschlagen. Draußen gibt es bestimmt auch noch ein paar Areale, aber die kommen wir uns später noch an. Wir gucken jetzt erstmal nach weiteren Funen. Hier ist eine Werkbank, ziemlich aufschörende eigentlich. Aber gut. Ja, das ist wirklich eine originale Teule. Hoppala. Zurückmarschmarsch. Hintergucken wir mal. Genau, die haben uns geheimt. gut. oh muss. Ok, die Mund können überall versteckt sein. Und ja, man verlasst sich auch recht schnell. Bei den Diamanten liegen wir mal in solchen Truhen, die ziemlich gut versteckt sind teilweise. Da hat er so ein offensichtliches Versteck. Und ja die große Treppe mit ihren großen Verschmörkelungen. Ob ich mich hier zurecht finde ich glaube es nicht. So ein Gewehr mal ein bisschen hoch. Wie läufts dazu? Mal schauen was wir hier so haben. Okay jetzt sind ein paar Räume. Hier ist mit der letzten Aufnahme auch die Map kurz abgeschmiert. Ich wusste nicht mehr wo ich war in Hogwarts. Ich bin komplett anders gewesen als sich eigentlich war. So dann kommen wir uns jetzt hier mal auf den Front hier um. Jetzt müssten wir im ersten Stock sein. Glaube ich. 6 Diamanten haben wir. Ich hab keine Ahnung wie viele Diamanten hier eigentlich versteckt sind auf der Map. Und ich wusste wo sie versteckt sind. Naja das zum Beispiel hätte man vielleicht ein bisschen einräufig richten können. Wie gesagt ich bin da noch ein bisschen gespannt. Und ja das wird jetzt wieder so ein Projekt wie das Horst der Riesen. Wie geht jetzt schon an das raus hier jeweils. Das gucken wir uns später nochmal um. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern als das Horst der Riesen von den Folgen her. Ich weiß es nicht. In Hogwarts scheint würde ich eine Mütze sein. Hier würde ich ziemlich viele Story Elemente hat. Und ich hab so leicht einmal schon im Webspieler gesagt dass ich was verloren hier ist. Ich habe bis auf Harry Potter den siebten Teil habe ich eigentlich alle Spiele gespielt. Und habe auch alle Filme gesehen durch jeden Film. Auch den siebten Teil habe ich gesehen die beiden Filme. Und ich habe auch die Bücher gelesen. Ich kenne mich also in Hogwarts eigentlich ziemlich gut aus. Ich habe auch schon irgendwo draußen bemerkt. Und unten bemerkt dass es hier ziemlich aufgebaut ist. Und in den Tag haben wir in dem Videospiel Harry Potter untergefangen ist. Ich habe auch schon ein paar Mal von Asgaban. Ich werde halt nur noch Design als Dungeon Teil da. Aber das wäre auch ein bisschen vielleicht zu umständlich geworden. Und vielleicht hätte ich ihm im Zauberstein geklappen können. Vielleicht gibt es Sachen da mit mir sonst. Ich weiß es nicht. Wenn wir die später bauen würde ich es einfach nach. Ja dann gucken wir uns gleich mal draußen kurz um. Das war glaube ich der Innenhof für Verwandlungen. Der Film ist halt persönlich nicht vorgekommen. Aber in den vielen Spielen der Spiele. Richtige Rolle hat er eigentlich hauptlich nie gespielt. Es war halt ein bisschen Action hier drin. Bei dem letzten Teil. Im Spiel Spiel für die Wii U. Wo wir hier sind kann ich euch leider nicht sagen. Das weiß ich gerade selber nicht. Hier kommt man dann daraus wo ich versehentlich gelandet bin. Und ja. Ich hol es mal gerade. Okay. Dann sind wir aber noch gar nicht. Dann wofür wir den Panik. Gut. Ja. 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 Jens will das jetzt mal gucken. Wann ich etwas schreiben muss. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und jetzt sind wir wieder hier gelandet. Das ist übrigens auch ganz nett, dass man hier jetzt so kommt. Und ja. Ja, das war's. Äh, jetzt geht's noch mehr weiter. Ja, ich bin neugierig. Ähm... Oh, hier geht's um die Erwärm-Volgemeinschaftraum. Okay. Okay. Ich lasse mit dem Hufflepuff um. Hufflepuff. Zum Hufflepuff gab's ja eigentlich nix wirklich wichtiges, Story-element technisch. Aber es hätte mich persönlich nicht überrascht, wenn hier eine Truhe gewesen wäre. Hm, die geht sogar mal weiter. Und da haben wir jetzt den Sack, Leute. Scheint, es sind sogar mehrere Truhen. Aber wo die versteckt sind, die jammern ja nicht, muss ich sagen. Scheint aber noch höher zu gehen. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist eigentlich ganz lustig. so ein bisschen, das ist wie ne Stützejagd. Und ja... Irgendwann weiß ich nicht, ob man die Maps jetzt auch auf dem... 5-PC sich beworben kann. Ja, und wenn ich grad schon nachts von hier bei Facebook komme, aber jetzt hier mal schöne Grüße an meinen Kumpel Tobi. Seid den Namen, den kompletten Namen sage ich nämlich jetzt hier nicht. Hoffentlich, wenn du dir diese Videos schaust, kannst du mir ja bei Facebook mal schreiben. Ja, der Tobi, der ist mit einer meiner längeren Freunde jetzt schon durch die Arbeit geworden. Und sehr guter Freund von mir. Ich mag den Jungen. Also vom Tag her. Oh, zu Regenblad gibt es ja zwei Zugänge. Interessant. ich rufe dass man bei Ravenclaw einfach reinkommt ich rufe dass man bei Ravenclaw einfach reinkommt hier sieht es jetzt nicht nach manchen tun aus schade eigentlich und ja dann sehen wir uns im nächsten mal ja 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 ja